Hast schon wieder ein Alice Pack gefunden oder was? Ne aber ich hab hier nen Rucksack gefunden ich muss nur wissen Open Haben wir doch schon mal hier Was dann ist er kleiner wenn ich ach ich dachte das wäre größer Wann machst du euch denn auf dem Weg zu mir? Nur mal so eine Frage am Rande Ich bin auch immer am Wasser Kann auch gut sein dass ich schon viel zu weit geschwommen bin Das kann auch sein Das ist hier oben, liegt hier vielleicht noch was? Nein So weiter gehts Ach hier ist noch ein Haus Ich bin jetzt gerade überlegen ob ich mir mal kurz einmal die Map raus holen Mal kurz gucken wo ich bin Oh warte ich sehe hier glaube ich Ja hab ich richtig gesehen So und das werde ich doch gleich schon mal benutzen So ich werde mal ganz kurz hier mal den Webbrowser benutzen von Steam Oh da liegt noch ne Pepsi So Ah doch das sehen die jetzt glaube ich ja sogar da Das glaube ich sehen die erst auch Mal gucken wo ich jetzt gerade hier mal bin Ich finde Friedpen brauche ich nicht mehr anscheinend Oh noch ne Grover Die jetzt ja eigentlich mit der Achse zusammen arbeiten müsste So wie ich es gerade anscheinend war Ja genau Hatchet und Grover So jetzt nix mehr Das Haus wäre auch durchsucht Ich glaube ich bin schon in Tschernogorsk Sicher? Ich glaube ja Das ist jetzt nämlich doof gelaufen Du musst glaube ich jetzt zum Wasser laufen Ich glaube ich bin nämlich schon vorbeigelaufen an Tschernogorsk Ich bring ein paar Kollegen mit Ist das okay für dich? Ähm ja ich hab ne Angst Lauf mal nach Süden Au der hat mich getroffen der Penner Wo bist du denn gerade? Nach Süden Äh ich bin jetzt in Tschernogorsk Oben bei der Tankstelle wo wir gerade waren Ja jetzt musst du nach Süden laufen Okay Und dann musst du nachher am Wasser nach rechts laufen Jetzt müsste eigentlich Tschernogorsk hier sein Wenn ich das richtig gesehen habe Dann Wasser rechts Ja Ja ich glaube ich bin sogar in Tschernogorsk schon Scheiße ich bin einfach schon zu weit Das freut mich zu hören Oh Gott halt so die Schnauze hinter mir ey Ich glaube ich bin nämlich hier drüber geschwommen Ja das kommt hin ja Könnte sehr gut sein dass ich schon ein Tschernogorsk bin Oder was Ja Ah Ah Hau ab Oh geil Die Grafikfehler sind immer noch da Ah Das macht das ganze Spiel leckig Ja dafür muss ich mich jetzt mal entschuldigen Da kann ich leider noch nix gegen machen gegen diese Grafikfehler So Mal gucken jetzt hier irgendwelche ganz viele Punkte laufen Äh Äh Bin ich in Eigentlich müsste ich in so Tschernogorsk Äh Tschernogorsk Ja irgendwo hier Ich hab Angst dass es irgendwo welche sind Kommt das ungefähr hin die Insel? Ja das kommt hin mit der Insel Die Insel ist dort ungefähr ja Das kommt eigentlich hin Das müsste eigentlich das sein ja Ja Water Nee Ich glaube ich leg mal Morphium ab Schupper Den Waterbottle nehme ich doch mit Flashlight Hab ich schon eine Kann ich nicht mehr mitnehmen Mal hier kurz auf den Berg rauf gehen Das kann eigentlich bloß Tschernogorsk sein Das ist ja geil Was hat der Typ denn alles bei gehabt ey Was ist das denn hier? M1 9 1 1 Ich hab ne M9 Ich glaube das ist Nicht das richtige Kaliber Oder bin ich jetzt erst durch Elektro durch Das droppe ich mal alles hier Das auch Geil dass mir hier grad kein Zombie angreift Ach scheiße ich bin erst in Elektro Ach scheiße So Bandagen Bloodpack Bloodpack Pack Bandage Bandage Du kannst noch mal weit Normal laufen Bist du noch nicht da? Nein ich bin erst in Elektro Das Problem ist dass das mit den Häfen bei den Beinschläten exakt gleich aussieht Pfff Ich hatte jetzt Ich hatte jetzt so viel Zeit Aber jetzt kannst du nach Elektro laufen Das ist gut Ah hier bin ich Hier fühle ich mich sicher Hier ist Das Haus ist so scheiße Da will bestimmt kein Zombie rein Boah der Typ muss sich geackert haben als er gestorben ist Boah der Typ muss sich geackert haben als er gestorben ist Weil der hatte ziemlich viele Sachen bei Vor allem einen großen Rucksack hatte der Kann ich den von hier aus schon töten? Nein Jetzt Nein Warum schlägst du mich? Hä ich schlag dich doch auch nicht Schade dachte ich da wär ich schon dort aber bin ich ja noch lange nicht Aber warum hat der keine Der zu viele Muss kurz gucken was bringt denn das hier Ey hast du Du hast eine Idee Weil du alles fährst ja gar nicht mehr Ich bin blank Ich hab nur noch ne Axt Shit Die Muni kann ich nicht mitnehmen Das 19 Millimeter ist das ja Hm So kann ich hier irgendwo mal Naja Boah Toll der ist blutig Ja du Schrein du Ich hätte ne Soda kein Pepsi aber ich hab genug jetzt davon Nein Dann mach dich jetzt mal auf den Weg Jetzt muss ich mich kurz verarzt Oh du zogerst auch alles hinaus Wenn du schon Du hättest schon vor 20 Minuten loslaufen können Ja hallo Das ist jetzt auch wichtig Du hast noch so getrödelt im roten Haus wieder Das musste jetzt sein Nein Ich seh bloß hier schwarz-weiß Hier gute Ausrüstung Darf ich nur nicht sterben So Blutung gestoppt Jetzt mach ich mich auf den Weg Und ich nehm mal ein paar Kollegen ab hier Moin Na das schön ist so eh wie so irgendwann ab Weil ich jetzt auch schon gekriegt Irgendwie sind wir mittlerweile schon 5 Zombies oder so gefolgt haben Aber ich hab die immer abgeschüttelt Jedes Mal weil ich einfach bloß geradeaus immer gelaufen bin Schöner neue Rucksack Was sind das denn hier für Müllsäcke? Was ist das da drin? Ach bist du noch immer da? Ne Ah 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 Das ist nicht so spitze für rum Ja ja ist ja gut Geht schon mal um überleben und du lässt einen Kameraden hier einfach sterben Wen? Na mich? Hm? Ach du ist auch hier Wir sind doch auf dem selben Server du Troll Oh doch ab Es macht keinen Sinn mehr hinterher zu laufen Weißt du glaube ich wo ich jetzt bin? Ich bin jetzt in der Nähe von dem Leuchtturm glaube ich da wo wir uns das letzte Mal getroffen haben Dort bin ich gleich Weißt du mir überhaupt zu? Ja aber im Leuchtturm Eigentlich müssen wir uns da ja theoretisch wieder treffen wenn du normal läufst Ich versuche hier grad die Zombies so ein bisschen abzuhängen Ja wenn du mit den Zombies zu mir kommst hast du kein Problem ich kann die umhacken So wenn ich nicht draufgehe natürlich Ja eben das will ich jetzt nicht nochmal riskieren Ja ich glaube da ist ein Leuchtturm Ach die Leute werden mich so dafür hassen dass sie fast die ganze Zeit nur diesen schwarz-weiß-schwarz-weiß-Bildschirm sehen Und das zweimal In beiden Aufnahmen auch noch Ich bin auf den anderen Server besser gegangen aber nein die Herren meinten ja den Server neu zu starten Und wenn dieser euren Sniper da nicht gewesen hätten wir es auch so geschafft Also Da würde ich gleich nochmal einen Besuch abstatten Nein Du kommst jetzt sofort zum Leuchtturm da kannst du nachher einen Besuch abstatten Ich hab gesagt gleich Ich hoffe ich laufe in die richtige Richtung Das Wasser muss rechts von dir sein Gut Weil das Komm mir irgendwie so falls ob ich letztes mal nicht hierher gelaufen bin Ah ne da bin ich auch in den Bahngleisen her gelaufen Stimmt Da müsste eigentlich irgendwo links von dir die Brücke nachher sein ne Ne ich bin am Wasser jetzt Ja aber du müsstest links habe ich die Brücke sehen dann läufst du nachher wieder an dem Auto glaube ich vorbei oder so was da war Wo ich dich doch gefragt hatte Ich hab das verlangen die Häuser zu durchsuchen aber ich mach es jetzt nicht Nein du das machen wir gleich Hab bitte noch etwas Geduld Ich möchte gerne noch etwas leben So ich bin jetzt hier äh beim Leuchtturm ich laufe jetzt gerade den Leuchtturm hoch Mal so eine Frage siehst du schon den Leuchtturm 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 ich bin jetzt an so einer bucht ist das soja dann müsstest du eigentlich nicht mehr so weit haben bis zu mir da das komische ja ich bin gleich da bei diesem felsen wo du das mal gesehen hast bin ich gleich da bist du gleich also bisher gleich schon beim auto gewesen doch hübschen ich bin jetzt durch wasser da müsste irgendwie so ein kanal sein ich komme gerade mal entgegen vorgenieße ist niemand mehr hinter dir siehst du schon den leuchtturm negativ aber du hast das fahrzeug noch mal rechts von dir oder richtig aber wenn du sagst du bist bei einer bucht dann müsstest du eigentlich den schon fast sehen jetzt sehe ich ich bin jetzt ich weiß nicht wo du bist aber ich bin jetzt gleich bei diesem elektro kraftwerk da bei diesem kraftwerk elektro kraftwerk kraftwerk halt oder so ne was ist das einfach so ein altes haus sieht aus wie so ein altes kraftwerk erläuft am wasserland das ist in der Nähe von dem felsen der hat den felsen den du meintest der war ab hier weiter hinten der war fast beim Leuchtturm schon aber da in der Nähe bin ich ja das ist ja nur so diesen umweg um diese um dieses wasserloch hier machen so jetzt bin ich der leuchtturm wird immer klarer sichtbar ich glaube ich sehe dich hier andere rechts am wasser hier links ich sehe ich sehe dich grün du bist grün bei mir da ja da da kommt mein lebensrecht